Hallo meine Werte Damen und Herren! Heute gibt es ein kleines, aber nicht so großartiges Video. Es wird heute nicht so spannend werden, aber... Ah! Hey! Trotzig! Mit der Fotografie kann ich mich nicht mehr tun, weil mir das alles gemacht wird, weil mir das alles gut gemacht wird. Soll ich euch alles gut machen kann? Die Klemel ist schön. Aktuell macht es so alle. Aber dieses Jahrhundert ist wirklich eine Klemelstekse. Aber das ist ein Klemelstekse. Das ist ein Klemelstekse. Aber wir haben noch einen Klemelstekse. Jetzt müssen wir die Zwiebel. Wir haben hier die Zwiebeln und die Zwiebeln machen. Und wir machen hier ein Neu-Meining. Das ist sehr schön. Jetzt bevor wir die Zwiebeln haben. Dann können wir hier ein Zwiebeln machen. So, dann können wir miteinander ein- Ich hab doch was jetzt. Ich kann zusammen, du mal! Ich kann zusammen. Tschau! Ciao! Ciao! Und Tom Knaver Keks. Für alle. Tom's Keks, meine ich. Ich würde all deine... Abos. Ja, eigentlich schon immer wieder so heiß warmes. Im Glück beim nächsten Mal. Tom's Keks. Ciao.